moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch eine multiplayer xp bot lobby glitch zeigen und zwar braucht ihr für diesen glitch ein freund leute als allererstes soll der eine spieler in eigene spiele gehen die spielregeln bearbeiten da könnt ihr das machen so wie ihr wollt nachdem ihr die spielregeln abspeichern dann müsst ihr auf modus ändern drauf leute und wenn ihr drauf seid auf modus ändern müsst ihr zurück lobby verlassen aber dann expand so dass sie in diesem modus menü reinkommt das klappt vielleicht nicht beim ersten mal könnt ihr ein paar mal versuchen und wenn es dann klappt leute seht ihr hier ich habe die party fall ich habe das game verlassen die lobby aber bin im modus ändern bildschirm so jetzt kommen wir zum spieler 2 so leute spieler 2 geht unten auf gegen bots macht spiel starten und direkt joint er dann den anderen spieler nach so wenn ihr dann gejoint seid leute dann muss der andere player wieder muss auf diese lobby drauf gehen die er stellt hat seine eigene einstellung einmal draufklicken ganz schnell soziales party verwalten und darüber die party verlassen so wenn er dann die party verlassen hat leute sieht das ganze so aus ihr seid dann alleine in der lobby und da steht dann spielersuche und ihr werdet dann in einem game join das ganze dauert ein kleines bisschen so wie ihr seht sollen wir jetzt im game so leute wenn ihr dann nachgejoint seid könnt ihr euren kumpel oder alle eure kumpels dann einladen und ihr habt dann eine custom lobby wo ihr eure waffen leveln können wo ihr nukes machen könnt und so weiter falls euch das video gefallen hat leute lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal